Was geht? Was hast du geholt, Alter? Oh, einen faulen B-Edischen. Kein Plan, Alter. Oh, shit. Sieht aus. Auf jeden. Let's go. Ja, erstmal Thun anmachen. Big und Nice, V&B-Krabbelgruppe. Ja, seid leider noch zu jung für die starke Achtelgruppe. Du nennst Namen wie Kollegah und dann denkst du, du wärst Hype. Doch wird Kolle dich hier hören? Ja, dann tätest du ihm leid. Real top. Ihr seid beide nicht sehr gut. Doch so scheiße hier zu droppen, ich bewunder diesen Mut. Willst ne Ente essen? Ich serviere Gänsehaut. Scampi ist vielleicht ein Mädchen, aber keine Gangsterbraut. Und das Recht, ich gewinne hier nach noch drei Runden. Mach dir nichts draus, denn die Zeit hat Wunden, ja. Die Zeit hat Wunden, ja. Ey, oh Scamp, hast du's auch mal geschafft? Ja, du bist im Turnier, doch nicht aus eigener Kraft. Denn ohne einen Feature-Partner kannst du keinen besiegen. Ich schlag den Kopf der Schlange ab und die Reste bleiben liegen. Ich seh deine Steigerung von sehr schlecht zu wack. Seh keinen Steinsprung, du bringst weiter nur Dreck. Leute hörten deine Runde nur für Pete den Deep. Währenddessen drückt Scampi bei meinem Lead-Repeat. Hast n Hingenschirm wie Hagrid, du, du zauberst damit Drag-Shit. Besser Mastroff wie Hermine und schreib einfach in das Heft mit. Astro mag dich also, aber wen hat er besucht? Du bist zwar nicht der Beste, aber hast es ja versucht. Pana Nemesis, ja, das ist deine Liga und das Rhythm mit Pana fertig. Sehen sich alte Feinde wieder, ey. Ihr seid leider nicht weiter, back ins Mini-V in B. Vielleicht wirst du ja Zweiter.